Hallo und willkommen zu Part 50, ach das Online Part 50, genau, los geht's. Ja, 50 Part schon erreicht, das ist echt viel, das ist echt viel 50 Part zu erreichen, muss man wirklich sagen. Bitug-Modus eben wieder bei. Los geht's. Nee, ich muss warten, ich muss nur nicht warten, okay, passt schon. Neben mir Tic-Tac-Trauma von DS, genau, Tic-Tac-Trauma. 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 Und wir fahren auf. Kralimari-Wüste von dem M64 eben. Kralimari-Wüste. Hallo, mach mal was. Kralimari-Wüste. Japaner, USA, Japan, okay, Frankreich haben wir auch dabei. Los geht's. Ich weiß nicht, es ist so weh. Das Rhythmus ist da. Boden ist doch eh an Fuß. Hallo, willst du was machen, Lakitu, oder willst du da unten rumstehen? Lakitu, hallo, wach auf. Was ist denn da schwer, denn los ist ja nicht immer. Da unten ist so ein langer. Letztendlich, Mann. Da kommt ein Pilz. Man, ich kann ja auch nichts sehen, das ist das Problem. Rätsche, da auch nicht viel. Ich SLIDE, das ist sehr, ja, das ist ja, wie zinne. Komm, es... Oh, Mann! Ach, komm. Scheiß Zug, ehrlich, Mann. Na toll. Hau nicht mehr hin. Ja, ist geholt. Noch 1 ist geholt. Das ist gut. Aber ich sehe eben nicht. Das ist das Problem. Komm, fahr du, Idiot! Mann, jetzt kann ich echt alles... Fahr 1, zieh, du Idiot! Was war das jetzt? What the hell? Ich hatte so Angst... Ich hatte so Angst, dass ich hier nicht den Platz bekomme. Weil ich dachte, wenn ich jetzt wieder alles... Das Spiel wird unfair. Nein, es ist Fährplatz 3. Alter, ich habe sowas von... Ich habe sowas von... Puls gehabt. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh. Also... Für alle auf dem Nikke-Jungel ist schon... Ist schon komisch. Aber echt, Mann, da denkt man so... Hilfe, Hilfe, wie trifft alles? Und dann so... Nee... Doch, Platz 3. Das wird... Die Kettdschungel... Und jetzt ist die TCM. Jetzt haben wir alle... Japaner, USA, Frankreich, okay... Aber jetzt sind alle Spieler, die brauchen dabei, okay... Und los geht's! Okay, du wirst immer schlafen, oder? Es dauert so lange, bis der mal reagiert ist, ist das Problem. Auch eben, weil ich so schlechtes Wehren habe, ist das Problem. Ach komm, Lakitu, bitte, mach mal was! Das ist doch nicht der Ernst, dass du jetzt da unten rumstehst! Hallo! Ach komm, ich glaube, jetzt wird irgendwas nicht... Ach, jetzt endlich! Was ist denn hier los? Was dauert denn das so lang, ha? Ja! Und die... Ach, ich mach grad das Müll zusammen hier... Aber ich bin auch... Ich... Ich bin aber auch schlecht. Ja, jetzt... Meistens... Ja... 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 Wohl, drei Pfälze sind hier nicht viel. Ich... Ja... Es ist schon mal erreicht, es ist gut und wichtig. Ach komm! Komm! Nein! Komm, irgendwas zum Schützen... Röten was zum Locken... Ach, die Pflanze! Röten was zum Locken! Ach, die Pflanze! Röten was zum Locken! Röten was zum Locken! Ja, frisst Feuer! Das hat das Feuer! Ja, frisst Feuer! Ja, aufpassen! Mann! Nee! Was soll ich denn machen, wenn die alle Scheiße läuft? Mann! Mann! Was? Ich dachte, ich rupe. Was will ich mit der Rupe? Auf Platz irgendwas. Mal aufhören hier, das kippt mich so auf. Hau ab mit deinem Scheißstern, du Ähnlicher. Haben irgendwas noch Scheiß? Okay, das müsste eigentlich reichen, um da irgendwas zu erreichen. Oder auch nicht, weil das Spiel mich wieder verarschen will. Alter, was war das für ein Müll? Was war das? Was ist das für ein... Das steht so gut da. Auf Platz 3 eben. Und dann kommt alles auf die zu. Du warst da getroffen, da getroffen, da getroffen bist. Geht nicht mehr. Und dann sollst du irgendwie noch fahren, irgendwie getrennt werden. Ja, genau. Und dann sind wir schon zu jedem Punkt der Fächse das Problem. Ich habe mir doch so diese Treppenbazur hat erarbeitet. Und dann muss ich eben wieder alles neu holen, natürlich, Mann. Ich sage ja, der Online-Modus von Markhardt ist echt unfair. Ist wirklich so. Das ist der unfairste Online-Modus, den wir jetzt hatten in Markhardt. Nichts war unfairer. Selbst Markhardt-Wie war noch fairer eben. Markhardt-Wie erwähnt es auch mit Ski-GZ. Aber hier zählt kein Ski. Es zählt nur Glück und nichts weiter eben. Kein Ski, nur Glück. Nichts weiter, ja. 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 Und die letzte Strecke wird... Schoko-Sumpf, oder? Schoko-Sumpf. Schoko-Sumpf. Man fängt die TCM. Eigentlich Schoko-Insel nicht. Schoko-Sumpf. Aber ja, ja. Dann mal da wieder Japaner, USA. Irgendwie nur die gleichen. Japaner, USA, Frankreich. Mehr nicht. Hallo, mach mal rein. Ach, ich vergesse es. Ja. 253 mililitonen pro ifr Ughauka. Schoko-Insel nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, komm! Mann! Ach komm, was ist das hier für ein Scheiß, ehrlich, Mann? Was ist das hier für ein Arschkarte, oder was? Wie tut es gerade, oder was? Was ist das hier eigentlich noch? Warum bin ich dauernd verarscht? Ich komme da gar nicht mehr voran in solchen Punkten. Gar nichts mehr eben. Nur privat. Aber ich bin auf Platz 10, ich bin letzter. Das heißt, irgendwie muss ich jetzt hier aufholen. Rölpilze sind mir auch nicht viel. Wir werden letzter werden, dass die jetzt schon kommen. Ja, das ist... Es ist besiekelt eben am Ende. Nee, haut nicht mehr hin. Wir kommen nicht mehr ran. Wir kommen nicht mehr ran. Und die ganze Zeit, wir sind so aufgetroffen worden vorhin, dass wir es nicht mehr geschafft haben. Nee, haut nicht mehr hin. Ja, gut, dann eben nicht. Scheißspiel. Deckspiel. Blödsinn. Kette in den Müll. Trash. Das ist doch so ehrlich, Mann. Jetzt habe ich alle Punkten verloren, die ich mir geholt habe. Nur deswegen, weil ich da getroffen wurde. Und weil ich deswegen, weil ich... Ich konnte ja nichts dafür eben auch. Ich konnte nichts loggen geben, gar nichts eben. Und das ist auch wenn das Spiel so... Nee, du... Du müssen dich verarschen. Ja, ich habe keinen Punkt mehr. Okay, also nichts geholt hier. Leider kompletter Betrug. So, machen. Du Betrugspiel eben. Betrug-Kart, bin ich. Mehr bist du auch nicht. Du bist nur Betrug-Kart. Ich spiele nicht nur wegen der Zuschauer. Es macht zwar Spaß, sich zu spielen, aber du bist echt. Kein guter Typ. Ich meine, was soll die Scheiße eigentlich? Immer wieder mich zu verarschen. Ich will Punkte holen und nicht irgendwas anderes hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Och ne, nicht das schon wieder. Das kann ja was werden. Japaner, Mexiko und Frankreich nochmal. Ja gut, eben. Das, wo ich meistens Pech habe. Ich muss irgendwas zum Blocken haben. Schnell, lasst mich an. Nein. Nein. Ich will die Schein. Ja, ich weiß, Mainz reicht nicht aus, der Punkt, aber trotzdem war das unschuldig. Mann, du hättest den Namen vorbei. Ach komm, was macht er eigentlich gerade? Nein. Ja. 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 Mann, ich komme nicht an, ist das Problem. Wo ist denn die Scheiß eigentlich? Ich fand doch mal. Ja. 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 ich glaube ich will heute es ist kein glückstag heute jetzt die schein mann ja die beginnt ach komm alle unfähig das war es für uns alle es reicht noch für mich glaube ich für platz 2 sogar noch eben gut so und das war es auch schon mit part 15 macht das alles online danke fürs zu sehen bis nächsten mal tschüss